Na alle zusammen, mich hier ist wieder heute Lange, wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute wollen wir mal wieder ein paar Kisten von der Archäologie aufmachen, um vielleicht, wenn wir ein bisschen Glück haben, Zinnrock rauszuziehen. Das ist ja das letzte Archäologie-Item, was ich brauche und dazu wollen wir insgesamt 100 Kisten öffnen. Die tun wir jetzt hier gleich schon mal aussondern, die tun wir jetzt einmal hier hin basteln. Und ja, wie funktioniert das Ganze? Ich werde mir jetzt bei dem kleinen Zwerg hier die Trollkisten kaufen und die machen wir dann auf und craften ein paar Trollsachen. Hier kann dann, wenn wir Glück haben, Zinnrock drin sein. Beim ersten Video hatte ich ja schon zwei Rare-Items dabei. Mir wurde jetzt im Stream gesagt, das ist natürlich eher unglücklich für mich gelaufen, denn das dritte dauert immer relativ lang. Hab da auch auf Weowert gelesen, dass einige da wirklich ewig gefarmt haben. Wir werden sehen, ob ich Glück habe. Falls ihr gar nicht wisst, von was ich jetzt rede, im ersten Video habe ich das ein bisschen genauer erklärt, wie das alles funktioniert, was ich da genau farm. Schaut da am besten rein und jetzt wollen wir aber ein bisschen das beschleunigen und direkt die Teile aufmachen. Also wir kaufen jetzt hier trollisches Artefakt und zwar 100 Stück. Und ja, jetzt hoffen wir mal, dass da was drin ist. Übrigens zum Auflösen vom letzten Mal, da hatte ich ja die Sachen zusammengezählt mit meiner kleinen Tabelle. Ich habe ziemlich genau 800 Relikte rausbekommen aus den 100 Kisten. Heißt, der Schnitt ist relativ klar, fast genau 8 Relikte pro Kiste im Durchschnitt. Setzt sich aus dem zusammen, man kriegt zwischen 5 und 10 raus. Da wäre der Schnitt 7,5 bei einer groß genügend Menge. Und da ich hier Zwerg bin, kriege ich nochmal 15% extra. Da kommen wir damit relativ genau auf die 8 Relikte pro Kiste. Jetzt schauen wir mal. Oh, ich habe hier nicht genug Platz, um alle aufzumachen. Dann verkaufen wir jetzt schon mal diesen ganzen Plunder, den man im ersten Video quasi rausgezogen hat. Das brauchen wir ja alles nicht. Weg damit mit dem ganzen grauen Rotz. Und das können wir jetzt hier mal lassen. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Beziehungsweise, ich müsste mal gucken, ob ich das hier irgendwie auf eine Ding legen kann. Ne, das geht nicht, aber wir sind ja nicht blöd. Gut, wir machen uns jetzt da ein Makro und machen einfach Use und dann die Kiste. Schauen wir mal, ob das klappt. Ah, seht ihr, jetzt kann ich mir das auf eine Taste legen. Ja, man darf nicht dumm sein. Ja, warte mal, können wir das jetzt hier zumachen? Ähm, jetzt sollte ich bloß Archäologie einmal öffnen und gucken, wie viele Relikte ich habe. Ich habe nämlich gesehen, wenn du 200 hast, dann cutte dir die weg. Also, wie gesagt, da können ja zwischen 5 und 10 drin sein. Und wenn du zum Beispiel 195 hast und du 10 drin hast und du kannst nur 200 ja maximal haben, dann kriegst du nur 5 Relikte raus. Und alles drüber hinaus verschwindet im Wirbeln Neter, also es ist weg. Das heißt, sobald man über 190 hat, sollte man keine Kiste mehr aufmachen, ne? Sonst verschwinden die. Wenn man auf 200 ist und neu eine Kiste aufmacht, dann nimmt er die nicht raus. Aber halt genau diese Differenz, die ist halt schwierig. Und das machen wir lieber nicht. So, jetzt machen wir die Dinger auf und gucken mal, was schickes drin ist. Also, das haben wir denn hier. Ein grauen Mist haben wir drin. Dann haben wir noch mehr grauen Mist. Übrigens, ich habe hier unten diese Trolltafeln. Das habe ich im ersten Video schon mal ein wenig angeführt gehabt. Die... Warte mal, kann ich parallel die Kisten aufmachen, während ich hier solfe? Ne, das geht nicht. Okay. Nevermind, dann machen wir das nicht. Hätte ja sein können, dass das funktioniert. Was wollte ich sagen? Ach ja, genau. Diese Trolltafeln, da habe ich mir mal ein paar aus dem Auktionshaus gekauft. Die kannst du ja hier zusätzlich reinmachen, um quasi noch ein bisschen von den Fragmenten zu sparen. Hier sind es anscheinend zwölf, die du dadurch sparst. Bei den MOP-Fraktionen sind es sogar, glaube ich, zwanzig. Also anscheinend sind die in MOP ein bisschen stärker, die Teile. Bringen die mehr, aber zwölf sind auch schon nicht schlecht. Und da habe ich mir mal 300 Stück gekauft für insgesamt 100k. Also doch einiges rausgepulvert. Aber ich hoffe, das zahlt sich am Ende aus und wir gehen hier positiv raus. Beim ersten Video hatte ich um die 30, oder ich glaube, ich habe relativ genau 30 Teile gecraftet. Mal gucken, wie viel ich hier rauskriege. Ich denke mal, es wird einem ähnlichen Bereich liegen. Also wenn wir pro Kisten 30 Teile craften können, dann brauchen wir so 300 Kisten, ein bisschen mehr, um 100 Crafts durchzuhaben. Ja, mal gucken. Ich hoffe, dass ich mit dem, was ich bis jetzt gefarmt habe, dass ich Zinnrock rauskriege. Wenn nicht, werden wir mal ein bisschen testen, Troll-Relikte direkt zu farmen. Aber das werden wir dann zu gegebener Zeit sehen, ob sich das halt dann rentiert. So, jetzt haben wir hier wieder 97. Und ja, es bewahrheitet sich so ein bisschen. Die ersten zwei Rare-Teile kamen ja relativ schnell. Die sind ja innerhalb von ein paar Solves gekommen. Und jetzt das dritte, das ist das, was dauert. Ich habe nämlich auch von Leuten gelesen, die halt die Strategie mit Gefahren sind, sich, also Archäologie auf vielen Schars gemacht haben. Immer quasi so lange gefarmt haben, bis sie die ersten zwei Troll-Sols hatten und dann den nächsten Schar genommen haben. Kann sein, dass das die effizientere Methode ist. Du brauchst aber, so wie ich das verstanden habe, einen gewissen Skill in Archäologie, dass du das Schwert kriegen kannst. Und den musst du halt erstmal hochspielen. Oh, kack, jetzt... Warte mal. Achso, weil ich hier das Relikt drin hatte. Deswegen, okay, ich dachte mir gerade, wie bin ich jetzt über 200 gekommen? Jetzt habe ich zu viel durchgeklickt hier. Leicht verkackt, ich sage es euch. Leicht verkackt. Naja, unten haben wir noch ein paar Kisten. Aber das sieht leider schlecht aus. Nur grauen Mist. Schwierig. Naja, aber gut, wir sind erst relativ am Anfang, ne? Also noch ist nichts im schlimmen Bereich. Jetzt zählen wir auch gleich die Crafts noch kurz durch. So, wie viel haben wir jetzt gebaut? 3 und 6 sind 9. Plus 4 sind wir bei 13. 15, 16, 17, 18, 19. 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Auch wieder genau 30 Stück, wie beim anderen auch. Also die 100 Kisten, etwa 30 Items, geht schon in eine relativ genaue Richtung. Okay, gut, schade. Wir hatten nichts drin. Aber vielleicht beim nächsten Mal. Für die Aufnahme verabschiede ich mich. Hat mir viel weiter dabei wart. Euer Tilon, bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Vielen Dank.